Nachdenkseiten Die kritische Website Harald Schmidt Wahlen abschaffen oder Ergebnis vorher festlegen Ein Kommentar von Tobias Riegel Er hat mal wieder sein Talent bewiesen, politische Fragen unterhaltsam auf den Punkt zu bringen. In wenigen Worten entblößt der Satiriker und Entertainer Harald Schmidt die Doppelmoral des offiziellen Kampfes für die Demokratie. Die Wahrheit, oder was man selber hochtrabend als solche bezeichnet, geht nicht einfach ihren Weg durch die Welt, nur weil man sie ausspricht. Man muss wichtige Botschaften auch in einer Form anbieten, die eine weite Verbreitung findet und zusätzlich Wege in die Hirne und Herzen der Menschen ebnet. Hilfreich ist außerdem eine prominente Persönlichkeit, die diese Aspekte zusammenbringen kann und die keine Scheu hat, auch einfache Wahrheiten immer wieder in Erinnerung zu rufen. Der Satiriker und Entertainer Harald Schmidt ist für mich so eine Person. Solange gewählt wird, haben wir eine Demokratie. Schmidt sagte bereits vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung des Deutschlandfunks, dass der mögliche Erfolg von BSW und AfD ihm keine Sorgen machen würde. Die Aufregung über eine veränderte Parteienlandschaft in Ostdeutschland könne er absolut nicht nachvollziehen. Die Sorge, dass die Demokratie in Gefahr sei, weil AfD und BSW starke Ergebnisse erzielen könnten, teile er nicht. Solange gewählt wird, haben wir eine Demokratie. So Schmidt. Auch wenn die Ergebnisse von AfD und BSW stark ausfallen sollten. Schmidt wörtlich. Das sind Ergebnisse von freien Wahlen, von freien, gleichen und geheimen Wahlen. Wenn ich das nicht will, Wahlen abschaffen oder Ergebnis vorher festlegen. Für beides gibt es Modelle, aber diese Aufgeregtheit, das verstehe ich nicht. Dann fügt er noch eine weitere einfache Wahrheit, ein weiteres wichtiges Argument an, das von der Bundesregierung und anderen Kämpfern für die Demokratie stur missachtet wird. Wenn solche Wahlergebnisse unerwünscht seien, so Schmidt, dann müsse man eine Politik machen, dass solche Wahlergebnisse nicht zustande kommen. Doch das Gegenteil ist festzustellen. Die politisch und medial Verantwortlichen verweigern es, eine hochproblematische Politik und die Kommunikation darüber zu hinterfragen, unter vielem anderen bezüglich Diplomatie, soziale Ungleichheiten, Corona-Aufarbeitung oder Energieversorgung. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Vorstöße, um auch nicht-extremistische Regierungskritiker als Extremisten darzustellen oder dafür, die AfD zu verbieten, anstatt sie endlich inhaltlich und mit einer guten Politik zu stellen. Können diese Praktiken und viele andere etwa bezüglich der Meinungsfreiheit nicht eine viel größere Gefahr für die Demokratie darstellen als ein falsches Wahlverhalten von Bürgern bei demokratischen Wahlen? Nochmal Schmidt. Wahlergebnisse sind immer ein Zeichen dafür, dass wir eine tolle Demokratie haben. Nur viele sind mit den Wahlergebnissen nicht anverstanden. Der Kampf für die Demokratie und die Doppelstandards Harald Schmitz' Hinweise auf die Heuchelei in einem Kampf für die Demokratie, der auf manchen Ebenen eher ein Kampf gegen bestimmte Parteien ist, erinnert noch an weitere Doppelstandards, die hier kurz erwähnt werden sollen. Regierungskritiker hierzulande werden oft als rechtsextrem hingestellt, während bekennende Nazis aus der Ukraine toleriert werden. Die Praxis, Wahlergebnisse anzuzweifeln, wird bei Donald Trump dämonisiert, im Fall von Venezuela ist das aber in Ordnung. Beide Wahlergebnisse sollen hier nicht bewertet werden. Und während hierzulande immer wieder ein Verbot der Oppositionspartei AfD gefordert wird, kritisiert man eine Verbotspraxis an anderen Orten. Zitat auf X des Auswärtigen Amtes Nehmen wir mal das Wahlergebnis, wie es sich abzeichnen könnte laut Umfragen. Um die 30% AfD, Sarah Wagenlich mit der BSW so vielleicht an die 20 ran. Das ist dann so die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung, die halt Parteien wählt, bei denen man sich zumindest fragen kann, sind die an jedem Punkt auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und schon kommt mir meine Halbtags-Ausbildung als Politikwissenschaftler zugute. Ergebnis von freien Wahlen, von freien, gleichen und geheimen Wahlen. Wenn ich das nicht will, Wahlen abschaffen oder Ergebnis vorher festlegen. Für beides gibt es Modelle, aber diese Aufgeregtheit, um Gottes Willen und das und so, ja das ist das Ergebnis von der Wahl. Und dann muss ich eine Politik machen, dass solche Wahlergebnisse nicht zustande kommen, oder ich gehe mit solchen einem Ergebnis um. Ich begreife das nicht. Ich begreife diese Aufgeregtheit nicht. Die Referendarinnen unter Ihnen kennen das, der gute alte Schweigefuchs. Ist durch EM ein bisschen in Misskredit geraten. Aber Herr Spitz, Sie zeigen jetzt wirklich den Schweigefuchs. Ich meine das mit diesem Stimmchen aus. Für mich ist es auch die sechste Stunde. Ruhe bitte. Bei mir in der Schule machte die Referendarin so. Ich drehe das Radio leise. Ruhe, ich drehe das Radio leise. Ja, hat uns in der letzten Reihe nicht interessiert. Ich glaube, wir sind eigentlich an dem Punkt angekommen. Ich hätte jetzt noch... Was meinen Sie, was ich hier alles aufs Ohr gesagt kriege gerade? Schick ihn raus. Ja, das geht nicht mehr. Schmitt geht nicht mehr. Er hat ihn eingeladen, ich habe dir gesagt, das geht nicht mehr. Der ist ein Borderliner. Kennt ihn aber schon vom ZDF von vor 20 Jahren. Nee, aber die haben mir gerade gesagt, hol jetzt die Meldung raus, die für ihn passt. Ja. Ja, niedrigschwellig. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.